unser heutiges video hat einen reinen unterhaltungscharakter im jahr 2009 stand die traditionsreiche dolomiten rallye an aber gleichzeitig sollten neue zwei ventilerteile getestet werden ein kleines teleme im terminkalender jedoch war dies nur von kurzer dauer der eingefleischte zwei ventilboxer fan erich wunderlich verknüpfte kurzerhand beide termine sattelte seine treue basic und mit zwei ebenso motorrad begeisterten freunden im gepäck ging es dann auf die strecke denn eine anfahrt auf eigener achse ist natürlich ebenso pflicht wie der kurven genuss vor ort wir zeigen ihnen in einer losen reihenfolge einige eindrücke von unserer fahrt über die alpen hin zur dolomiten rallye wir lassen die beeindruckenden bilder im weiteren verlauf für sich sprechen und wünschen ihnen viel vergnügen und und Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018